Erster Sonntag nach Trinitatis. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer euch hört, der hört mich. Wer euch hört, der hört mich. Heute waren wir in der katholischen St. Johanniskirche in Tübingen. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch hört, der hört mich.